Hallo an die Leute auf YouTube und die Leute, die mir gerade live auf YouTube live zusehen, die wissen auch schon Bescheid. Ich werde heute etwas machen, vor dem ich sehr viele Jahre Angst hatte, aber manchmal muss man auch erkennen, dass die Zeit gekommen ist. Wir schreiben den 31.01.2023. Vor neun Jahren und elf Monaten habe ich mehr oder weniger diesen YouTube-Kanal hier gestartet. Nicht den hier, aber den englischen YouTube-Kanal. Da war ich 20. Das bedeutet, wenn ihr rechnen könnt, neun Jahre, elf Monate. Das sind fast zehn Jahre. Das bedeutet, dass ich in fast anderthalb Monaten 30 Jahre alt werde. Und das merkt man auch. Das merke ich am Gameplay. Das merke ich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Ich merke es, wenn ich in den Spiegel gucke. Ich merke es, wenn ich mal wieder was Scharfes gegessen habe. Es geht nicht mehr. Und auch in Videospielen merke ich das langsam. Und deswegen ist es an der Zeit, der Zeit ins Auge zu blicken. Deswegen ich heute ein Matchmaking spielen möchte. Und ich muss meine Zukunft akzeptieren, es ist jetzt an der Zeit, sich so langsam mal mit den Rentnerwaffen auseinanderzusetzen. Ich möchte jetzt ein Matchmaking spielen, bei dem ich nur die AOG und die Krieg spiele. Falls ihr ansonsten noch Waffen habt, bei denen ihr sagt, das ist eine Rentnerwaffe, dann lasst es mich wissen. Das sind aber auf jeden Fall die ersten beiden, an die ich gedacht habe. Und ich möchte jetzt einfach mal gucken, wie das läuft. Und wir werden ein Solo-Queue-Matchmaking spielen, bei dem ich nur Rentnerwaffen spielen darf. Ich habe mir sogar überlegt, vielleicht machen wir da ein paar zwei von, könnt ihr mich ja wissen lassen. Könnt ihr gerne in die YouTube-Comments schreiben. Wenn das heute nicht so gut läuft, könnte man einen Teil zwei hiervon machen? Und man näht tatsächlich die Trilux Oldies ein, das sind größtenteils meine Mods, die alle schon längst Rentner sind. Gwen locker 50, Knobla Mitte 40, Loyaldo auch schon irgendwie 70 oder so. Da könnte man mal ein Match mit meinen Mods machen, die alle schon Rentner sind und schon sehr, sehr lange Krieg und AOG spielen. Und da kann ich mir da vielleicht ein paar Tipps abholen. Also wenn ihr da nochmal einen Teil zwei sehen wollt mit meinem Rentner-Mod-Trupp, dann könnten wir da nochmal eine Fortsetzung von machen. Aber ich probiere es erstmal alleine. Oh Gott, oh Gott. Hello. Hello, guys. Oh, geil, es wird geredet. So, in der Pistole. Ja. Ich wohne noch ein Look. Maybe B. Okay. Geil, okay, es wird schon mal geredet, sympathisch erstmal. Bench. Bench. Bench, dann. Oh mein Gott, Alter, alle haben ihre Waffel leer. Nice. Was war das denn für eine Runde? Bist du der Echte? Äh, what? Scheiße. Bist du der Echte? Der Echte? Okay, UMP. Bis Underwood. Jungle and Stairs. Nice. Two on A. Okay, aber gut Kill gemacht und gut verkauft am A. Mates haben komplett B. Nur ein Kill gemacht, aber war wichtiger Impact. Die haben komplett B for free. Also bis jetzt läuft es gut. Hydro, Colosh, here. Oh, äh, I give it onward. I need to play a creek. I need to master the creek. Jungle? Boah, ich dachte schon, er legt Menge. Oh. Sehr schön, der ist close. Okay, der rafft gar nichts. Landen. Oh, da ist er zu wild. Fuck my life. Ah, da muss der noch gar nicht peaken. Der hat doch nicht mal gekittet. Aber trotzdem, nice try. Zwei gemacht. Aber als Rentner wirst du ja automatisch auch Support-Spieler. Weil du nicht mehr der bist, der hittet. Deswegen werden wir... Oh, flashen die jetzt schon. Wollte ich gerade sagen, Alter. Die CTs sind noch im Spawn, da kommen schon die Flashes. Nice. Oh ja. Ich darf aber Waffen, die ich finde, darf ich aufheben. Sonst Quatsch. Ich will ja auch für die Mates hier gewinnen. Ich bin Burstfire wie ein Rentner. Und meine Hand so zittert, dass ich Spray-Control nicht mehr machen kann. Goin, geh. Geht auch lieber ZZ. Nice, good job. So, und weiter mit der Krieg. Mit Push. Schöner CT-Smoke, die könnt ihr hier aufschreiben. I flashed Deep City. Und Stairs. Okay, ich geh weg. Ich geh ganz weg. Die Spawn. Ramp, ramp, ramp. Boah. Zum Glück seh ich den Schatten da. Oh mein Gott, ey. Ich glaube, das sind... Ich glaube, das sind Mixed Ranks hier. Das hab ich mir schon in der Pistole gedacht, wie komisch da gefightet wurde zum Teil. Ich glaube, das ist ganz, ganz gemischt hier. Das war ein bisschen verzerrt, ja. Spiele ich gerade 16, so 10? Wie ist das denn passiert? Nee, hä? Verstehe ich nicht. Kreis. Ich dachte noch, irgendwo, wo ich da hingeguckt habe, irgendwas sieht anders aus. Aber irgendwie sieht es geil clean aus heute irgendwie alles. Hier in short and B, very low. Okay. I know. In Mini, in Mini? Rentner Move, Rentner Move, fuck, so ein Free Frack. Oh mein Gott, ey, Monster Free Frack. Und da seht ihr, ich spreche die Wahrheit, wenn ich das sage. Oh, I have three hits. Was willst du? Krieg, Krieg. Krieg. Krieg, Krieg. Die AUG on Terrorist Side. Thank you. Wie heißt die denn auf Englisch? Die nennt doch jeder im Englischen auch Krieg, oder nicht? SG 553, rafft doch keiner, oder? Die Volt. Wollt, wollt, wollt. Got him, got him. Let's go, let's go. Ich sage es immer wieder, ne? Die Matches, die ich vor dem Vormittag spiele, morgens oder mittags, sind die besten. Die Mates reden. Ich smoke mit oben, verlängere du die Smoke. Okay. So, dass du kurz durchrennen kannst und dich Windung auch nicht sieht. Yes. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich habe kein Wort verstanden. Ich bin Rennner. Verlängere die Smoke, damit ich kurz rennen kann. Ich bin kurz. Was rennt man? Let's go, left side man. Mit der Kassa ist ein Kill. Planting for short. Aber das ist, ich glaube, das ist, weil die Leute dann alle arbeiten, die sind Tilt von der Arbeit, kommen nach Hause und sind dann noch immer Tilt und wollen nicht reden. Morgens und mittags redet jeder und jeder hat Bock. Das war das hier von Kara, Mann, gerade. Das ist doch nicht Supreme oder Global, was der da schießt. Und ich glaube hier, der auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier in der Global Lobby bin. Rentner-Peak A raus. Im Zoom. Nicht anders, nur im Scope. Mann, ey, die sprayt komisch. Die waren drauf. Oh, Karaman ist aber drauf. Guck mal, der ist auch schon alt. Nice. Junge, 8 zu 1, ist das geil. Danke. Geil, und ich kriege es sogar gelegt, ey. Den Bunnyhop wird einen Rentner nicht treffen. Aber Rentner geht schön im Zoom vor. Ganz langsam im Jungle reinpicken. Keiner? 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 Vielleicht hier oben? Immer die Lücke checken. Und Rolls ausschließen. Tetris, komm, Schleko. Komm her, du kleiner Drecksack. Warum piekt mich da keiner? Wer sieht mich? Verstehe ich nicht. Triple. Okay, schade. Okay, wie, 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 was kann man noch machen, wenn man alt und langsam ist? Vielleicht die alten Wallbang-Spots, die man über die Jahre hinweg gelernt hat, mal austesten. Du kannst eigentlich nur noch mit Tricks gewinnen. In die Ecke hier hin bangen, wenn der Truck oben steht. Und mal Banger vielleicht ein bisschen. Vielleicht hat man ja ein bisschen was getroffen. Oh ja, die voll ist einer. Vielleicht hat man ja ein bisschen Damage schon gemacht, das wird ja schon helfen. Dann die richtig drecklichen Tricks. Und dann gehen wir dirty hier für die One-Way-Smokes. Komm, piek, piek, piek. Du hast auch gemollied, dann kannst du auch pieken. Von guy B. Du hast das? Flashwindow. Short. 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 Be clear. Westbomb. Hier ist der Bomb. Hier ist der Bomb. Short. Shirtcon. Boosted. Short. 70 in 2 sind das nur. Aber nice try. Nice try. Too early. Oh, fuck. Also bei Karaman bin ich auf den Rang gespannt. Der flasht so schnell Rampe raus. Da kann echt noch kein Schwein da sein. Im Fallen! Im Fallen! Lagt er einen Headshot! Oh oh, habe ich mich zu früh gefreut. 8 zu 1, das kann auch ganz schnell andersrum gehen. Ich glaube, CT wird leichter. Mit AUG. Und mit der AUG kann ich ähnlicher defenden, wie ich es normalerweise machen würde mit einer Shally M4, die Krieg ist äh, aber zum Taken viel viel schwerer als die AK. Ich glaube CT wird mir leichter fallen. Hm, das gefällt mir nicht. Die Push T-Spawn? Ja. Oh mein Gott! Middle. Top Middle. 1 B. Top mit, top mit. Man, die ist so langsam, die Fire Raid, von dem Ding. Scheiße! Mit der AK habe ich da drei Hits in der Zeit mindestens. Die schießt, echt? Die schießt im Scope langsamer als aus der Hüfte? Echt? Gibt es da was ins CS? Also wusste ich wirklich nicht. Die spielt ja wirklich nicht. Du hast halt echt gefühlt vier AK-Shots sitzen, bevor, bevor du den dritten Schuss mit der Krieg feuerst. Aber die wurde ja auch des Todes genervt, ne? Es gab ja mal eine Zeit, wo ultra viele Pros auch die Krieg gespielt haben, weil die so krass war. Ja. Aufwahl. Aufwahl. Okay. Ja, Rentner, Rentner, Rentner raffen auch nicht, dass bei 5 zu 8 die letzte Runde noch nicht ist. Scheiße. Das muss ich mal eben testen. Ich bin nicht merklich langsamer, wenn die wirklich langsamer schießen sollte. Okay. Also vielleicht zur AK-Shots ist die safe langsamer, aber... I think it's those ones. Okay. Oh, a bit. Shit, das wird doch noch knapp, ey. Ich dachte, wir fahren hier drüber. Die schießen nicht mehr langsamer am Scope. Das war bei der Krieg früher. Oh, schöner Shot. Gut. Was ich gemerkt habe, habe ich gerade nix. Eieiei, du! Arvana up. Close, dead. Junge, 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 kriege ich hier Brocken. Oh, kriege ich hier Brocken vom Team? Stairs, stairs, stairs. Nice. Triple meme. One more Shot. Got. Two gone, I think. Ich glaube auch beide. Oh! Oh mein Gott! Der Stilt. Er schafft es mit 100 HP auf dem Spot, kriegt eine Nate und dann ein Bang. Und ist einfach tot. Oh, Mann ey! Wir waren 8 zu 1 vorne. Sorry. 7 zu 8 zur Halbzeit. I go B-Apps. One B. Der rushing. Mann, Mann! Oh, ich war mir so sicher, als ich tot bin. Wie trifft FIBO mit diesem Drecksding? Wie spielt FIBO die CZ? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Der Held mal aus 1 gedrückt und trifft Long Range die Headshots. Vom Pit auf dem Spot auf A. Das 2. Aber schön. Pistole geholt. Direkt in die UMP rein. Ich glaube, von allen Waffen bislang gefällt mir die UMP am besten. Ich glaube auch nicht, warum man die eher als die 5-7 spielt. Also mit der 5-7 komme ich auch nicht gut klar. Die Sprayt bei mir auch gefühlt überall hin, nur nicht im Kopf. Ich bin die Tech-9 besser, aber die CZ... Also spiel lieber P250 als CZ oder 5-7. Gehen wir voll A. Humber down. Good job. Geiles Team, ey. Mann! Warum nicht immer so? Ja. Tja. Dreh. Dreh. Komm. Oh, jetzt zieht direkt die Waffe. Alter, was gebe ich dem? 98 in 6 Hits. 98 in 6 Hits. Warum guckt der da? 98. 98 in 6 Hits. und check ich bitte oder meist nicht nein nein oh mein gott ich habe fünf kaufen konto autosniper ohne alles kennt ihr noch den grashüpfer von binamaya eigentlich den flip hier mit seinem hüpf jesus christus hier nehme ich auch meine so vertraut sich der rentner doch mal wieder an die an die richtigen waffen an wobei a4 richtige waffe weiß ich ja nicht die rentner m4 deswegen geht es oh mein gott auf die alten tage noch mal ein bisschen movement gefunden oder was ich habe gerade in den chat geguckt ich gucke in den chat warum gucke ich dann in chat ich wollte gucken ob mich jemand feiert für mein gottes movement und deswegen fahrer ich den freck fag was erwarte ich denn im youtube chat zu lesen ich werf die runde weil ich in den youtube chat gucke da fragen leute nachdem ich seit fünf monaten schon auf youtube streamen warum ich auf youtube streamen und warum nicht mehr auf twitch deswegen gucke ich weg ich sage jetzt nicht die kombiniert shot ey apps bei fibu sind das zwei headshots auf die range mit cz necker to me do free a to me do okay okay erst mal auge akhi habara except mit mit den headshot bekommen mit und jagen jetzt zu motor mittel waren meine ist 90 194 50 jahre haben was gerade gab 94 aber er lebt noch oder wer war das denn die tiefe die feiern als schon tot jawoll auge ist so viel besser als krieg kann man drop auge und krieg nam vier okay okay thank you fire in the hole b push one more b die älteste flashe im buch älteste flashe im buch 2 b apps 1 slow 2 b 2 b don't die don't die we are coming one side maybe last 10 hp ok good job sauber hä wie ist der mit den aus der hand gerutscht der ist komplett aus der hand geflutscht der molly komm piek baby ich hab so bock auf dich piek mich piek mich jetzt gut gut what happened meet lap seit ramp out from sp goby goby ja moment wo ist er co Unit ich hier wie vor ähh he dropped sent ah he dropped sandwich jungen 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 ey Was ist denn heute los, du? Komm mit, komm Baby, bitte Bitte, bitte Kack, diese Kackpistole, ey Dass ich da einen mache, ist schon gut eigentlich Schöner Shot Shit, ey, wir waren 8-1 vorne Aber die Mates sind wirklich mega nett, ja, habt ihr recht Aber die hitten jetzt halt auch Und Beeps? Kein Kevlar, ja, mit 3-4 ist Kevlar schwierig, wenn man AUG kauft Wäre aber auch egal gewesen, weil der mir einen One-Nate-Headshot gibt Beeps Haben die Bina Okay One mit Schön Komm Karaman, mach den weg Au Schöner Shot, ey Nice One HP, Jesus Schön, komm Jetzt haben wir nicht viel Geld Oh, ist das ein Krimi hier, ey Das war der zweite Klatsch, den wir gewinnen Mit einem HP und einem Spieler left Dann geh ich mal auf Shotgun im B-Haus Fuck Wie gesagt Och, Mann Good job One middle Maybe short Ey, ey, ey Nice Nice Da habe ich den einmal in 100 Schüssen Shotgun-Lotto-Shot 45 in one Über die halbe Map Seit wann geht bei dir Shotty ran? Ja, seit ich Rennner bin Was ist das Rennner-Lack? Ah, schade Nice Ich werde jetzt gar nichts riskieren Ich werde die nicht durchpushen Ich werde einfach nur Jump Swap und B holen Die könntest du viert A machen 16, 14 wäre so lecker Nice Oh mein Gott Bombe A down Wir haben es Wir haben es Der hat nur eine Glock Von? No, no? Maybe, yes Wo ist sie? What the fuck? Wo ist sie? Wo ist sie? I don't see Jungle Jungle 5 HP Man, 5 HP hat der Mann Warum kann ich das denn da nicht closen, wenigstens? One hit, one hit Nice Nice Good game Junge, Junge, Junge War das ein Thriller Aber ich glaube, ich bin doch noch nicht so weit eigentlich Ich bin noch nicht so weit für Krieg und Auge Boah, hätte ich viel, viel mehr Kills gehabt 9 Assists Also Auto-Sniper ist ja wirklich geil Aber, ja gut Auge ist auch noch okay Okay, aber Krieg ist ja so dogshide Also warum sollte man denn auf der T-Seite die Krieg der AK vorziehen? UMP ist auch Troll Nice, aber nehmen wir mit Aber was ein geiles Team Okay, aber ich glaube, da brauche ich doch noch mal die Rentnerhilfe von meinen Mods Dass sie mir mal erklären, wie ich denn anders spielen muss Weil normaler Spielstil, aggressiv, geht nicht mit Krieg Weil in den fairen 101-Duellen wirst du verlieren, weil die einfach viel, viel zu langsam schießt Du musst mit der Waffe halt echt irgendwo einfach nur Hocken reinrennen lassen Und weil der Gegner nicht mit deiner Position rechnet Hast du diese zwei Schüsse, bevor der reagieren kann Dass du den Frack machen kannst Sonst gibst du immer nur irgendwie 60 in zwei Und der kann die vier AK-Shots oder vier M4-Shots reinbuttern Aber geiles Match Hätte nicht gedacht, dass es noch so knapp werden würde Nach dem 8 zu 1 Das war geil, das hat Bock gemacht Wenn CS so jedes Game wäre Könnte ich es jeden Tag wieder 8 Stunden am Stück spielen Das war geil Schweine Aime Failing here and there, they've got no shame They're so bad, but somehow win the game They are team Schweine Aime Schweine Aime Schase SäEM Steig Schweine